Kaube Schokomel Kaube Schokomel Ja, wenn du das eh ne willst, musst du immer mal fragen wegen der Karten oder mann Dann hat die Idee von Dung und von Sonne Oh, ja, 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 hat er das gespeichert Bleibbar Ja, ja, das ist gut Wenn ich den Ebenen sehe ich dich selber nach Wenn ich den Ebenen sehe ich dich selber nach Ja, finde ich irgendwann auch Man muss sagen, wenn nicht Irgendwie noch was dabei ist, aber vor allem, was sind das Ebenen sehe ich dich selber nach Dann gebe ich dich dann direkt Vor allem, was sind die Ebenen sehe ich mich selber nach Von deinem Konto Ja, der hat ja auch die Kreditkarte Wenn man das will Du musst dich alleine Weil die Deutschen packt er ja nicht Weil die Deutschen packt er ja nicht Wann? Du musst du mich ecken? Kreditkarte Eine Kreditkarte weiß ich, was das ist Ja Wenn wir das da installiert haben Dann haben wir noch Dann musst du mal so Angaben machen Wenn du dann sagst du es betalen Dann musst du dann die Kreditkarte angehen Ja Und die Deutsche Kreditkarte packt er nicht Ja Dann wird dann die von dich gepackt Na, nu ist er mich heller Aber ich Ich kieb 6 Paar Teggen mich Ich weiß nicht, wo es ist überhaupt hasst Und ich dachte Und dann sagte Ich dachte Was haben wir da gekauft Von 79 Cent Und wie lukt das Wenn Drina nicht nie waschen hat Ich dachte auch Ich dachte auch Aber das ist Von deinem iPad Ja Verdum Ja, das habe ich nicht... Das schnappte ich einfach nicht. Und nun bist du, wenn das mehr ist, wenn ich in 79 Stunden... Was wüsst du das nicht mehr? Ach, die hat gekonnt. Hey, ich will das nicht... Hey, das beginne ich total. Äh... Ich bin noch nicht kennengelernt. Ich habe ja umgedreht... Ich wollte ja immer den Nählern zu Hause machen. Daran gebe ich dir die Tatsache ab. Und abends wollen wir auch eine Dätze machen. Wenn man das gut kann. Ja, klar. Deswegen bin ich immer noch am Zweifel. So habe ich das überhaupt nicht tun. Ja, am Zweifel, nicht belachlich. Das schon gefolgt, dann sage ich dir die nicht, ne? Nee. Also für das gefalle X. Nee, ich bin es dann per se. Ich könnte auch nicht vorführen, dass es ein Hohentje muss haben. Aber es wäre dann noch nicht eingekommen. Was ist das für ein Dütchen? Naja, wenn wir dann noch ein Dütchen gucken, oder wenn wir da... Dann hast du beteiligt, automatisch. Ja. Ja. Nee, aber da ist es noch nicht... Ich bin hier noch nicht eingekommen, dass... Ja. So ein Dütchen, dass die nicht geaccepteert wird. Das ist ein Kreidegartenkart. Weil du das noch nicht beidesst. Meine Buken, war immer noch ein Dütchen. Nein, ich denke, ich hätte oft noch zu sehen, dass der Kreidegartenkartnuss hatte ja oft der Namen beschiedensteht. Schöne ich mal? Nein, ich denke, das ist ja auch an das 보면, dass er eine bestimmte Hand. Er steht ja zu meiner Liebe.